Sonntag, die große Entscheidung auf dem Hessentag. Wer wird dolles Dorf 2014? Unser heutiger dritter Finalist ist mir sehr bekannt. Wichmannshausen gehört zum osthessischen Sondra. Ich war erst Himmelfahrt zum berühmten Brotwurf an der Beulneburg. Jetzt ist Jens Kölker livehaftig dort und vermutlich halb Wichmannshausen. Himmelfahrt hat es bös geregnet. Wie sieht es denn jetzt bei euch aus? Also mir ist aufgefallen, Holger, als du die Hessenshow begonnen hast, hat es hier angefangen zu regnen. Man kann es nicht ändern, man muss es so nehmen, aber du solltest vielleicht mal drüber nachdenken. Und weil es immer noch regnet, geben wir einfach Gas. Dahinten ist Wichmannshausen. Jetzt wahrscheinlich relativ leer, weil die meisten der Wichmannshäuser gerade auf dem Sportplatz stehen, nämlich hier. Hier ist Wichmannshausen. Und ich sag dir eins, lieber Holger, ganz Wichmannshausen schwärmt noch von deinem Besuch an Himmelfahrt hier im Ort. Vor allem der Ortsvorsteher, das ist der Mann mit der Glocke, Herbert Zibula. In 96 Stunden steht das dollste Dorf 2014 fest. Warum wird das Wichmannshausen sein? Weil wir am Sonntag mit dem Johann Schmidt wahnsinnig gut trainiert haben auf dem alten Kram, und es ist ein besonderer Stadtteil von Wichmannshausen. Und wir haben alles gegeben und wir werden noch am Sonntag alles geben, wenn wir nach Benzheim fahren. Leute, das ist O. Das ist A. Fünf Kilometer von hier entfernt liegt Bischhausen. Das war das dollste Dorf 2010. Welche Tipps haben die euch gegeben? Wir haben natürlich intensive Gespräche geführt mit dem Ortsvorsteher, dem Herrn Hellwig aus Bischhausen. Nur kann ich leider jetzt vor der Kamera keine Tipps weitergeben, weil die Mitkonkurrenten hören ja mit und würden von unseren Tipps profitieren. Das wollen wir natürlich gern vermeiden. Geht doch. Dankeschön, Herr Zibula. So, ähm, was war jetzt wieder los? Egal. Was wollte ich eigentlich sagen? Jochen Schmidt, genau, der war hier und hat hier sich umgeschaut und hat festgestellt, was die Wichmannshäuser wirklich wollen, zum Beispiel den goldenen Onkel Otto, das kriegen sie auch. Der Hummer, der treibt die Wichmannshäuser an, die Sontra, so ganz spontan zum Gemeinschaftsarmeln. Und die fangen sogar was. Nebenan wird gebaut, ein Fachwerkhaus, hat der Wichmannshäuser Zimmermann gespendet, eigentlich für den Spielplatz. Brauchen wir aber hier am Bach als Fischbude Deluxe, denn die Forelle, also frischer, geht kaum. Und die Kids können ihre Hütte gleich einweihen. Toll. Bis auf die kleinen Fische leben hier alle sehr ruhig. Die Großen fangen nämlich sie. 17 Aktive und 5 Ex-Polizisten bei 900 Ebbes-Einwohnern. Wichmannshäuser ist Hessens sicherstes Dorf. Und nebenbei auch noch herrlich gelegen, hier an der Grenze zu Thüringen. Einfach doll. Ja, absolut toll, dieses Wichmannshäuser aus. Und jetzt habe ich zwei tolle Kandidaten. Hier stehen sie, das sind Doris und Elisabeth. Applaus. Die beiden haben sich heute Nachmittag, Sie haben es vielleicht zu Hause gesehen, um 16 Uhr in der Sendung Hallo Hessen, gegen die Konkurrenz aus dem eigenen Ort durchgesetzt und werden jetzt gleich um erste Punkte spielen, für das große, dolle Dorffinale, was ja am Sonntag um 18 Uhr auf dem Hessentag in Bensheim stattfinden wird und natürlich auch live im hr-Fernsehen zu sehen sein wird. Momentan führt noch, Sie haben es gestern gesehen, Rödenau mit zehn aufgehängten Sockenpaaren. Mal schauen, wie ihr euch schlagen werdet. Die Regeln sind ja hinlängst bekannt. Es gelten nur aufgehängte Paare, die nebeneinander hängen. Und die beiden Körbe, der mit den Socken und der mit den Wäscheklammern, die müssen auf dem Boden bleiben. Ihr habt 30 Sekunden Zeit und die Zeit läuft ab jetzt. Applaus. 15 Sekunden sind in diesem Moment um. Und da sind Socken hingefallen, aber schnell wieder aufgehoben worden. Und ich gebe zu, es ist Schwachsinn, bei diesem Regen Wäsche aufzuhängen, aber was soll's. Neune. Die gelten nicht mehr und da ging da auch noch was hoch. Also die Weißen zählen mal nicht mit. Die lässt Onkel Jens nicht gelten. Also erst mal zählen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Zehn Paar Socken. Den Rekord von Rödenau also sozusagen eingestellt. Was das wert sein wird, das werden wir dann morgen feststellen, wenn wir im vierten Finaldorf 2014 sind. Sie können das, meine Damen und Herren, morgen früh bei den Kollegen von hr4 schon kennenlernen, um 8.15 Uhr. Und außerdem natürlich werden wir uns bei Hallo Hessen und in der Hessenschau morgen aus Finaldorf Nummer vier melden. Jetzt würden wir natürlich gerne noch wissen, welches Dorf das ist. Holger, hilf uns weiter. Tschüss. Ja, ich weiß es, du Ahnungsloser. Der vierte und damit letzte Vorrundensieger ist ermittelt. Hier ist das Abstimmungsergebnis. Auf dem dritten Platz landete Vetzberg, Ortsteil von Biberthal mit 12,8 Prozent. Zweiter ist Salzböden, Ortsteil von Loller mit 20,9 Prozent. Und Sieger mit 40,8 Prozent ist Geilshausen. Klingt doch auch geil. Stadtteil von Rabenau im Landkreis Gießen. Die rund 800 Geilshäuser haben Sie also mit über 40 Prozent aller Online-Punkte und Anrufe vor zwölf anderen mittelhessischen Dörfern durchgesetzt. Morgen kommt Kölker live von dort in der hessenschau. Und morgens ab 8 Uhr in hr4 erleben Sie, wie sich der Schlagerexperte von Geilshausen, den gibt's, so beim Quiz mit Tobias Hagen macht.